Schafft ihr es auch mal? Scheiße, ich komme da nicht mehr drauf vorbei. Scheiße, was macht ihr denn? Was macht ihr denn da? Ja, ich werde dann dauernd vom Baumstamm weggeknackt. Oh Gott. Nein. Oh, jetzt bin ich aber so, dass ich da durch kann. Ja, jetzt kannst du da einmal dich vorbeimogeln. Lol, mach natürlich ihn gleich rein. Oh, ich bin nicht schlecht. Ich habe mal keine Erneuerung. Respekt. So. Zimba freigeschaltet. Jetzt kommt das fiesere Level von beiden. 111, das ist die Glückszahl. Wie bitte? Noch fieser? Das war doch schon fies für mich. Nee, das war noch easy. Ich finde ein anderes Ei haben. Du willst ein Ei haben? Nee, nicht ein Ei. Du hast ein Yoshi-Ei. Ja, natürlich knall ich wieder gegen das komische Radgegen. Los geht's. Ach Gott, ja. Ich versuche jetzt mal darüber zu springen. Oder auch nicht. Wieso kann ich nicht springen? Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Ich auch nicht. Es springen etwa aus oder was? Alles klar, springen es wohl aus. Na gut, dann heißen es wohl. Das ist toll. Scheiße. Scheiße. Ja, 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 nein. Alles klar, dann spüren wir mal. Nein. So ein Echtwolf, ne? Ja. 4, 5, 6. Wollte ich auch gerade sagen. 4, 5, 6 ist immer gut. Ein, 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 nee. Wie war das nochmal? Auf 3, ne? Toll, ich bin im falschen Loch. Oh ja, das sieht gut aus. Scheiße. Yes. Nee. Oh. Ja. Ja, Philipp, du. Ja, jetzt geht Philipp rein. Jetzt aber. Oh, lol. Nein. Jetzt. Ja. Ja. Nein. Nein. Oh. Oh, das ist so bitter. 10, 10, 5. Oh Gott, ja. Nein. Oh, ähm, goodness, ey. Scheiße. So. Ah. Ja. Da war Philipp besser als wir beide. Nee. Doch. Doch. So hast du drei und ich auch. Oh Gott, die Scheißkarte, ey. Scheiße. Ja. Na, ich bin zu schwach. Bist du schon drin? Ja. Gibt's ja nicht, ey. Ich verkacke. Ach, ich auch. Aber guck dir das mal an. Eben in dem... Oh. Eben in dem... ...habe ich beim ersten Mal... ...wirklich bis zwölf. Habe ich zwölf Mal gebraucht. Was? Ich... Die Karte, ne. Die verkack ich... ...immer und immer wieder. Weiter. Boah. Warte. Jetzt aber. Jetzt aber. Nein. Das geht's ja nicht. So, jetzt aber hier. Ne? Und tschüss. Nein, warte. Was? So doll war das doch gar nicht. Oh, Paddy, ey. Warte. So. Und jetzt aber. Jetzt, jetzt. Na, was? Das ist ja immer beschlüsseln, ey. Jetzt reicht's mir. So. Jetzt, 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 jetzt. Was? Ah, die Karte, ne. Ich verkack immer wieder. Jetzt. Was? Mann. Gibt's ja nicht. So. Boah. Zehn Schläge. So, ich bin letzter. Guck mal. Auch da. Ich hab... Ich hab genauso viele gebraucht wie du. Ja, da muss man hochstehen. Boah, wenn ich früher drin war. Ja, da muss man... Das war zu doll. Wobei, warte mal. Hä? Wo gehst du denn hier lang? Du musst da hoch. Ach ja, ich hab ja Spring aus. Ui. Ui. Ja, toll. Du musst schräg hoch. Das war zu schräg. So, jetzt muss man ungefähr kalkulieren. Ja, geil. So. Da krieg ich ja eine 12. Äh, eine 16, ey. Eine 16? Ja. Keine 23? Yes. Oh ja, ich komm immer auf den Sand. No. Oh, Mann. Nein. Ein Versuch, also noch. Ja. Ja, Schöpter. 6422. Oh Gott, nicht ernsthaft. Das war so klar. Nein. Oh, wie mies. Nein, 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 nein. Ja, genau. Okay, jetzt reicht's. Jetzt einmal so mit zwei, ein Halb. Yeah, ich bin drin. Ja, ich verkack hier. Guck mal, ich hab komischerweise vier Schläge gebraucht. Annabelle, du hast auch nur vier. Ich bin in anderen Schach. Ich auch. Aber in dem einen Level hatte ich eigentlich... Ach doch, das war ich ja. Dann war's ja doch gar nicht so schlecht. Oh, da musst du gegen die Säulen springen. Da, wo die Coole ist. Nicht so wie ich. So? Ja. Oh, das ist toll, aber ich roll hier so beschissen. Oh, scheiße. Da rollt ein Philipp an mir vorbei. Oh nein. Das ist das, was ich am mindesten kann. Oh, Glück gehabt. Ja. Sehr schön. Die Beute, vier. Wer Annabelle jetzt reinmacht, auch. Ja. Abgeh-sirfen. Ja. Okay. 31, 32, 34. Das sieht ja schon mal besser aus. Oh Gott, ähm. Da brauchst du gar nicht so stark drüber schlagen. Ui. Ja, war klar. Philipp seufzt ab. Ja. Ja. Nein. Ja, toll. Ja, ist das beschissen hier. Ja. Sehr schön. Also ohne springen ist diese Karte scheiße. Ich find's gar nicht so schlimm. Ist schwerer. Dadurch. Oh Gott. Ich bin vor euch. Nein. Nein. Ja. Und ab ins Wasser. Sehr schön. Oh. Da fluten Philipp. Oh nein. Ich bin wieder zu schwach. Nein. Oh, weht her. Was machst du denn da? Oha. Donner 38 Punkte. Und die scheiß Karte. Vor's Neuflucht. Vor's Neuflucht. Abgesoffen. Und von der Karte geflogen. Ist ja mir scheißegal, ey. Ich ziehe da jetzt voll rüber hier. Oh nein. 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 Oh, verdammte Karte. Naja, ich bin drin. So. Weiter, 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 weiter. Fand es sein, dass ich irgendwie einen Umweg genommen habe. Ja, es gibt mehrere Wege. Ja. Ja, ich bin da hoch, dann hier rüber und dann rein. Ja, ist so. Ist auch richtig normalerweise. Eben. Hier. Aber ich habe von einfach an so verkackt. Oh Gott, wie war das hier nochmal? Einfach Rinder ins Wasser. Ja, genau. Und mit dem Schwimmreifen. Konzentration. Wieso? Wieso? Jetzt. Ja. Äh, wo bist du denn schon? Nein. Yes. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ganz knapp an Annabelle vorbei. Musst du rüberspringen, ne? Oder? Wo? Muss man da rüberspringen? Man kann, äh, in der Kurve, man kann im Wasser immer springen. Hat mir ja Nikola, äh, gestern, gestern, vorgestern gesagt. Und, äh, ich bin dann auch gesprungen. Im Wasser. In der Kurve. Roll, roll, roll. Oh, genau. Ja, das hätte man mal wissen sollen, dass man da springen kann. Oh, nicht die Karte. Da muss man rüber. Ich bin im Wasser. Ach, ne. Ach, nö. Oh, scheiße. Nein. Ins Wasser. Oh, Mann. Entweder macht man da zu langsam oder zu doll. Nein, 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 nein. Oh. Scheiße. Oh, jetzt wird es, jetzt wird es interessant. Warte. Nein. Hier kann man ja nicht hüpfen, das ist voll scheiße. Nein. Nein, ich auch. Nein, und blub. Was ist das für Scheuer? Oh, Philipp steht ungünstig, ey. Jetzt, 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 jetzt. Oh, geschafft. Am besten ist, wenn du nach oben gehst, dass du ein bisschen nach links fährst. Oh. Ja. Sehr schön. Nein. Ne, blub. Oh. Na toll. Jetzt wird es. Oh, ich bin weg. Oh, tschüss. Oh. Oh, ha. Das war gut. Oh, das war knapp. Da ist ja keine Wand. 53, 62, 71. Was ist das denn? Da musst du hier. Der war verdammt gut. Ja, toll. Hä, wo ist denn? Oh, nö. Wie soll ich das denn schaffen? Volle Kanüle auf das, auf die Hardpipe. Oh. Mit Vollzeuge genau. Mit vollem Ding. Oh, das ist scheiße. Ja, sie sollte denn das Maul da treffen. Warte. Geh zu. Ja, doch, klar. Oh, geschafft. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, ich schaff das nicht. Das ist eine miese Position, in der ich gerade bin. Aber ey. What the fuck? Ja, ist klar. Aber ich bin drüben. Ja, toll. Ich bin zwar nicht durch den Mund durch, aber ich war drüben. Und dann bin ich natürlich wieder gegen den Sand. Oh, das ist nicht schaff das nicht. Oh, ja, 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 ja. Oh, sehr schön. Mach das Maul auf. Sehr schön, bin drin. Oh, ich hab's durchs Maul geschafft, ey. Das wird noch schlimmer. Ja. Yeah. Oh, 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 oh. Ich war zu schnell. Lol, ist er da oben gegen? Nein. Ja, und jetzt bin ich viel zu schnell. Ey, ich fühl mich verarscht. Warum? Ja, erst knall ich da oben gegen die Mauergegen. Und dann bin ich beim ersten Sprung zu schnell. Oh, wie soll ich denn dadurch das kleine Loch trocken? Volle Kanüle durch. Versuchen. Also so ist das. So mache ich das immer. Ja, ich bin aus. Wie gesagt, versuchen. Oh Gott, wie war das hier? Hey, mein Bad leuchtet schön. Ja, toll. Oh. 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 Oh.